Yo Leute, ich habe gesehen, Volbeat hat einen neuen Song rausgebracht. Ja, ich habe das mal ein bisschen geübt, 20, 30 Minuten in Rocksmith. Und jetzt mache ich einfach ein Video. Ich habe da jetzt auch keinen Bock, stundenlang zu üben, also mache ich einfach ein Video. Ich gucke mal, ob First Try direkt gut wird. Wenn ja, dann gut. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und könnt auch gerne die anderen Videos von mir anschauen. Und da sag ich Tschüss.